Dann, äh, wir sind wieder zurück hier bei, äh, Stickfight. Mit Shadhog und Brutzi. Hallo. Ah. Tod. Tod durch Snoo Snoo. Ja. Pritzel. Mega. Nee. Ich möchte nicht beschleunigt werden. Nicht? Komm mal her, das ist spaßig. Der hat mich gerade durch die Welt geschossen. Hui. Mich auch. Sorry. Jetzt kriegt der schon wieder eine Waffe. Oh Gott, nein, 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 nein. Klar. Shotgun mit unendlich Ammo hat der, ey. Ammo. Au. Oh. Yes. Ich war gerade am Grund noch mal. Die ist auch neu. Ja. So, immer abwechselnd. Die eine, die eine. Oh, wow. Luckshot. Ja, übel. Ja, auf jeden Fall. Hui. Hui. Oh. Ja. Oh nein, nein. Manchmal muss man sich einfach nur festhalten. Oh nein, der hat den Speer. Oh nein, der hat die Waffe. Aus der Hand gemobst. Ich bin Pazifist, lasst mich. Gerade dann erst los. Komm her, komm her. Huba. Oh. Ich hole dich mit Raketen-Power. Ach, schade. Safe zone. Hier darf nicht geschossen werden. Oh, ein Schuss, ey. Okay, ich füge mich auf. Es steht einfach nur da. Ich habe mich mein Schicksal gefügt. Man weiß einfach, wann man aufgehen muss. Oh, was war das? Was war das? Du hast den Speer noch gehabt. Ja, aber bei mir hat gerade alles gewackelt. Der gab einen kompletten Bildschirmausschnitt. Oh nein. Oh Gott. Hä? Ah, knarre, knarre, knarre. Oh Gott. Schlecht. Schlecht, schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Nicht mehr reingedacht. Alter, hast du mich gerade weggekickt? Ja. Wow. Du hast sie. Ich habe dich nicht gekickt. Alter, du hast mich gerade weggekickt. Oh. Oh nein, 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 nein. Real nice. Very nice. Oh. Oh, kennst du das noch? Oh, ist er schon tot. Doppelbeschleunigung. Der war gut. Hätte ich nicht gedacht, ne? Nee, ja nicht. Oh, schon wieder ein Spielchen. Zusammen, zusammen. Du musst aber... Achso, sorry. Aua! Äh, wie geht das? Hop, 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 hop. Wow! Ähm. Ja! Ja! Boah, Alter. Ich weiß gar nicht, wie man den rüberbringen soll. Au. Stirb doch einfach. Ach, schade. So im Vorbeihüpfen. Ja. La, la, la. Bäm. Ich war fast noch mal dran, ey. Oh. Hui. Uah. Es ist unfair, wenn ich mein Zimmer sauge. Ich komme jetzt genau da hin. Ja. Okay. Danke. Oh, wo ist die eine Plattform? Boah, der ein Glück. Alter, wo bin ich denn? Was passiert hier mit mir? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war, aber es war lustig. Oh, ja. Sport ist gut für mich. Hui. Ach, diese... Oh, nein, das Ding... Wow. Oh, Gott. Wir sind gefangen im Spinnennetz vom Shadow. Oh, mein Gott. Oh, ich lebe noch. Nein, ich lebe nicht mehr. Ist klar. Oh, Gott. Diese scheiß Auto-Shotgun. Ist jetzt der Aufmacht oder was? Nein. Oh, Gott. Da fliegt eine Kiste hinterher. Da war ein Loot drin, hallo. Uah. Und noch schöne Faust mitgegeben. Ist so, wenn du keine Munition mehr hast, schön die Faust ins Gesicht. Halt. Steh deinem. Geek weg. Macht's gut. Uah. Ich halte nicht durch. Yes. Uah. Der hat eine Waffe. Affe mit Waffe. Autsch. Wow. Hat der ein Mehl. Ja. Affe Haas. Oh, mein Gott. Ich will. Nein, da geht sie. Tschüss. Tschüss. Nein, wenn man dich ran lässt. Dann zahle ich dir heim. Aua. Oh. Im nächsten Spiel. Ach, wir beide gleich. Ich lebe noch. Ich bin noch da. Nein. Nein. Doch. Komm jetzt. Boah, da holt er das noch. Ich hatte die Waffe doch schon. So ey, da ist. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nö, nö. Nö, lass das. Ah, ah. Nein. Angst. Boah. Boah, Alter. Aber ich hab getroffen. Ja. Du was? Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Hätte ich mir nicht auf den nächsten Maustaste gedrückt, ey. Es ist so ein Klassiker in dieser Scheiße. Klassik. Au. Tschüss. Oh, ich hab ihn noch. Oh, nein. Weltklasse. Hä? Wie das? Mit dem Kopfschuss. Du hast bei mir gegen den Stein geschossen. Ja, bei mir auch. Nö, bei mir hab ich getroffen. Wallhack. 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 Scheiße. Was war das denn jetzt? Wie auch über das ging. Keine Ahnung. Oh, ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Ja. Getroffen. Ah, ich hätt hier rauskicken können. Bleib draußen. Bleib draußen. Bist du gerade kaputt? Ja. Scheiß Shotgun, Mann. Ne, das war nur ne Derser. Ja, ne, ich hatte ne Shotgun hier mit dem Schlangen. Ui. Wieso krieg ich die Waffe nicht? Egal, geht auch. Boah. Ist jetzt wieder Frieden? Was denn? Ich hab jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Ich schleudere die Ebene so rum, wo ich mich versteckt hab die ganze Zeit. Tschüss. Aber recht viele Leibes sind nicht dazu gekommen, ne? Ne. Oh, ich bin da. Oh, oh. Oh, oh, oh. Weg, weg, weg. Boah. Auf einmal schießt mir das Ding. Komm her, jetzt mit der Waffe. Hi. Ich schon wieder. Schön festgeleimt. Ja. Du hast mich eingeschmiert. Bist du mir auf den Leim gegangen? Alter, manchmal bin ich am anderen Ende der Map und bin auf einmal, zack, bin ich wieder drüben und krieg Hits. Boah. Boah. Schade. Ich stecke irgendwie fest. Warum stecke ich hier fest? Ich stecke hier fest, hallo? Ich helfe dir. Danke. Boah, fast geschafft ey. Eieieieiei. E-Beams, 1 Ultra-Schein. Close. Wieso? Okay. Tschüss. Boah, selbst ausgenockt. Die Waffe ist gefährlich. Ja. Du musst aufpassen. Tschüss. Oh. Ich denke schon wieder hier fest. Los. Man, hier. Wo ist es? Ich kann es nicht ganz gut machen. Wow. Mich hat es durchgelassen. Oh. Die Waffe ist einfach viel zu mächtig. Das ist krass. Kaffee Katze. Das gibt es doch nicht. Alter, wie er sich da durchhalten hat. Der Wahnsinn. Ich dachte schon, ich würde jetzt fliege ich, ey. Das gibt es doch nicht. Was ist das denn? Boah. Das schwarze Loch. Wow. Ähm. Ähm. Angst und so. Äh. Tschüss. Ich bin weg. Danke. Mich hat es weggesaugt. Voll krass. Übel. Also, die Waffen haben sie auf jeden Fall mal reingemacht. Finde ich gut. Ja. Alter, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist der Seeland, ne? Schön geduckt hat er. Ich nehm euch mit. Ich nehm noch. Nein. Auto-Shotgun. I love it. Kleiner Shotgun. Ich lau' sie auch. Uäh. 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 Warte, ich sitze mal ein Flachkörper, ey. Schön Flachkörper machen. Ja. Au. Oh, du kommst an, du. Ja, Respekt, Jen, ey. Wow. Wieso bin ich im Boden drin? Äh, wo bin ich? Hallo. Oh, nein. Nur aus der Abstrahlzone weg und dann... Weg von meinem Bauch. Uäh. Geh auf den, Mann. Ah. Ey, die Schlangen, die sind so mies. Au. Au. Ich war doch schon lange tot, Mensch. Ich wollte doch grad zum Waffen, das ist voll unfair von dir, Mann. Gar nicht. Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Ja, da war so so. Da war so so. Dlammwerfer. Oh, Lava! Oh, Lava. Bist du jetzt in Ripley oder wat? Da musst du doch gar nicht chillen Junge Wer ist jetzt schon totig? Wie eine Prinzessin Ich hab grad auf den Roten geguckt, scheiße und hab mir gedacht, das ist für Wiggi eigentlich Ich lauf doch mal in den Laser Der einzige, der Glück hatte, sicher zu sein Laserschwert kommt Sein Manner ist perfekt Oh, da ist schon wieder das Level Wow, lag Oh, da ist doch Wolltest du nicht hinbeschleunigen, ich war auf einmal, ach da liege ich, in der Mitte Ja Oh nein, nein, nein Du musst runterdrücken Wow Danke für den Tipp Ja, du musst schon schlägen Oh nö Wow Oh, jetzt war das nicht geschafft. Und du wirst es auch nicht schaffen. Hallo? Oh ne. Oh ne. Oh doch. What? Was ist das? Wie denn? Wie denn? Nein, nein, nein. Meine Chance ist nicht genutzt. Oh. Wahnsinn. Der Start hat aber ein bisschen gepennt, du. Ejo. Au. Ah. Mies, 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 mies. Danke. Oh. Oh. Ich komm nicht mehr weg, Scheiße. Habe ich auch mal wieder gewonnen, ja? Wieso bin ich jetzt schon tot? Na egal. Boah. Die Scheiße. Schlangengranate. Nein. Nein. Guck dir mal an, wie viele Schlangen, ey. Okay. Boah. 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 Alter. Die sind weggewamstert. Ehrlich. Boah. Oh, Scheiße. Bam, bam, bam. Au. Aua. Nichts Aua. Okay, Bitch fight. Bitch fight mit Gnade. Oh. Bitch fight für Arme. Nein, die Schlange, nein. Letztes Aufgebot. Letztes Aufgebot. Oh, ich bin zurück. Quaah! Macht er mich noch weg, ey. Nee. Oh nein, ich... Oh Gott! Oh Gott, Alter! Die ist voll von Schlangen, ey, Wahnsinn. Und er hüpft rein. Finde ich gut. Ja, jetzt wird's ja schon genug Schlangen geben, ne? Ja, gegessen. Ich bin da runtergefallen. Shit. Ich kämpfe jetzt im Liegen. Wer so gut kann. Alter! Nicht schlecht. Stomp the head, Junge. Ey, ich will die Waffe auch haben. Das war nicht so. Wir mitmachen! Genau wie ich. Er schießt dich hoch, du ballerst vor Schreck und zack. Boah, wir müssen unbedingt mal hier Dings machen. Wie heißt es hier? Gary's Mod. TTT. Wow. Was hat der für eine Scheißwaffe? Boah, Alter! Die ist ja geil. Nice. Hat zwar nicht viel gebracht, aber auch schön. Oh, kaputt. Schön, dass du ihn weggeballert. Yo. Ohohohohoho. Wie ein blöd! Du bist ja nicht zu Brook. Wie ein Blöd bei dir? Auch Rastel des Programm. Der Lich. Nicht schon wieder! Heiß! So, ich übernehme mal. Oh, heiß! Das hat his Freundarla weiß. Raketen into the lava. Nicht festhalten, nein, was? Oh Gott, bin doof. Das war unfair. Das ist alles deine Schuld. Ich bin in die Lava rein. Warum muss ich denn immer bei Shadow starten? Das ist voll unfair. Der ganze Bildschirm wackelt, ey. Ich bin hier grad nicht. Ich bin hier nicht. Ich hab mich selbst getötet. Sehr schön. Oh ne, nicht das Küchenmesser. Das ist übrigens krank. Ah, Mist. Ich hab grad ein bisschen Angst, ne? Verdammt. Das wäre krass gewesen. Cooler Move auf jeden Fall. Ja. Bum bumm. Okay. Eieieieiei! Wow, 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 wow. Huh. Huh. Wow! Achso, wie war das denn? Keine Ahnung. Es hat aber richtig den Countdown gehabt. Beep, 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 Sia. Oh, danke. Oh. Wo bin ich? Wo bin ich? Nein, scheiß Schwange. Wo war ich denn jetzt? Du hast dich mal schön aus dem Bildschirm geknallt. Das befürchte ich leider auch. Die Schlangen sollte nur der nehmen, der mit Schlangen auch umgehen kann. Also keiner. Geh doch mal mir die Schlangen. Oh Gott. Die Schlange habe ich... Nein. Ich bin nicht da. Ich bin... Au. Was ist denn? Wenn du dich runterdrückst, dann kriegst du Schaden. Wow, hier wackelt alles. So, das war Nummer 1. Oh nein, 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 nein. Aber viel in dem Kreis. Ich glaube, wir sind auch gleich durch. Ja, vier Minuten noch. Ja, ich warte mal hier. Hat nicht ganz so die Reichweite. Schade. Bist du depperdär, die Waffe. Neein. Ach, scheiße. Mega gut. Das wird gemerkt. Er steht da da und chillt seine Base, aber wie? Er geht chillt. Warum kann ich den nicht nehmen? Bei mir ist Shadow gerade irgendwie... Hä? Shadow meine ich... Hä? Du warst gerade nicht das Monster, komischerweise. Ja, bei mir auch nicht. Und ich konnte es auch nicht nehmen. Komisch. Vornehmlich Adresse dran. Töte den Schlangenbeschwörer. Boah. Hadouken. Kommt er nicht hoch, warum nicht? Diese scheiß Schlangen. Ja. Oh nein. Nein, nein, nein. Jetzt stirb doch mal. Ja. Die verdammte Schlange hängt einem hier dran, ey. Da hat er sich an der Krone gestochen. Oh, das war nicht so cool. Er überlebt das nicht. Es gibt es doch nicht. Es gibt es doch nicht. Wahnsinn. Oh, die... Er soll irgendwie mal schießen. Ich bin weg. Au, ah, ah. Boah, ich habe mich selber abgeschossen. Ah, das ist schon wieder leer. Du hast noch mal schüttelst. Oh, shit. Aus dem Bild. Ehrlich. E-Push, E-Push, Männer. Das war ein epischer Kampf. Oh ja, das war durchaus. Hat sich wacke gehalten, der Herr B. Au. Du kannst damit nicht um. Wir können doch überall reden. Oh, scheiße. Zeit, es wird es vorbei. So, Leiche entfernt. Yeah. Richtig gut, ey. Ja, genau. Esst euren Herrn und Meister. Oh, jetzt habe ich mich leider rausgeschossen. Mann, ich vergesse das immer. Was ist für ihn gerade mal in dem Bein rausgeschossen? Ich weiß nicht, nee, er muss nur irgendwas sein. Da war er. So, letzte Runde. War ja auch noch nicht chill. Da er weg, den weg, den weg, den weg. Das weg, das weg. Da war leider die Mood, alle. Nöd. Hey! Ja, was? Gut, Freunde. Ich bin der King. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, tschüss, ne? Wiedersehen. Ins Gesicht. Tschüss.